Aus welchem Zylinder hast du das vorhin rausgezaubert? Ich meine, wer hätte gedacht, dass du das kannst? Danke, Jack. Wer hätte gedacht, dass eine weiße Tussi so singen kann? Ja, wie machst du das? Ich weiß nicht, es passiert einfach. Ich mach es einfach. Kommt mir bekannt vor. Ich muss pinkeln. Dauerzustand. Hey, lass das. Wir gehen jetzt einen Happen essen. Kommst du mit? Ja, gerne. Ja, freu mich. Dann los. Und, wo gehen wir hin? Ich bin mal einer. Mit den Chinesen, was haltet ihr davon? Was? Was? Naja, nichts. Nur die Art, wie du ihr hinterherschaust. Ich hab eine Verlobte, falls es dir entfallen ist. Ja, nein, weiß ich. Ich weiß. Dreitausend Meilen weit weg. Wir reden trotzdem jeden Tag. Tut ihr das? Worüber denn? Lass mich raten. Sag's mir nicht. Über sie? Sie. Und ich weiß nicht. Und dann noch über... Oh, sie. Alles, was ich sagen will, ist, dass die da nicht nur äußerlich hübsch ist, sondern auch eine Seele besitzt. Und sie wird bestimmt nicht ewig allein bleiben. Beziehungsberatung von Mr. One-Night-Stand persönlich. Das ist... Ich hab meine Tasche vergessen. Was? Oh, nichts. Ich hab Jack nur gerade davon erzählt, wie schnell eine verpasste Gelegenheit verstreichen kann. Komm mal her. Schau da rein. Wirklich sehr hübsch, aber zu viel des Guten. Siehst du? Das gefällt mir. Nein, ich... Ich will mir nicht die Haare abschneiden. Wer hat denn was von abschneiden gesagt? Du kannst eine Perücke tragen. Ich hab selbst gerade eine auf. Wirklich 2- Hoch rockend Ich hab was von Trans traitor in Yelçõesitzung. Ich hab nicht hinein. Und wir haben eine weitere schwierige Lage,